ein herz erfrischendes moin moin und herzlich willkommen zurück zu pokémon shifting worlds mit dem xonix xonix ist da oben so ein item sollen wir das noch schnabulieren bei wem wenn wir durchs gras noch mal latschen ja weil am trainer sollen wir nicht genau ich gehe mal nicht am trainer vorbei ich gehe mal rechts oben rechts sie genau jetzt das item habe ich mir geholt kp plus bei mir duibus duibus disk was das denn was du russkiss irgendeine disk das ist glaube für meinen porygon das ist ein porygon set wird eine scheibe voller seltsamer daten überschwung ist unbekannt ja das ist für pokémon für porygon so ich springe jetzt runter da ist noch so eine die cookdown links und rechts die versuche ich auch nicht zu treffen ich versuche das ist unsere taktik wir versuchen jetzt ein zweites pokémon zu fangen und anschließend mit dem zweiten pokémon die trainer wieder zu holen so im gras und wir flüchten auch genau ich gehe oben im gras oder gucken wir das noch mal ein item da oben hast du gesehen nein das habe ich nicht gesehen wie sagte ich gegen weiter nach es so viel luft erstmal ich habe nur torzl wir dürfen nur bis level 14 und bei mir noch drei level und gerade weil die trainer nicht mehr die starter pokémon haben haben sie natürlich pokémon die wesen nicht mehr kp gp geben da ist noch so mädel da kam ich auch vorbei gott da ist wieder so typ ich bin an dem typ vorbei und an dem mädel auch ich bin gerade beim ich stehe ich stehe vor der vor der vor der höhle aber du hast das item nicht geholt das andere das item habe ich noch nicht geholt weil da irgendwie noch mal so ein mädel darunter schaut deswegen traue ich mir auch nicht an okay warte kurz ich stehe vor der höhle okay janma hat mich gerade angegriffen hauptwild so ich stehe jetzt auch vor der höhle dann gehen wir rein geht es mal rein da steht ein kerl ja der macht ja greift ich nicht an so glaube ich so okay ich krieg ein pokémon und es ist ein boden pokémon ein boden warte ich habe hier gerade vm 06 gekriegt von dem kerl ich natürlich reingelatscht das ist der trümmer gut vms müssten auch gleich bleiben so ich renne mal hin und her boden pokémon hast du gekriegt sagst du ja ich habe ein wasser pokémon okay das ist super ich setze super zahnein das macht nur die hälfte schaden und was mache ich denn wie selten ist das pokémon schon sehr selten versuch es einmal mit dem pokémon guck mal wie es reagiert ich versuch mal kurz mit dem pokémon guck mal wie es reagieren es ist ausgebrochen nach dreimal wackeln ehrlich aber probier es meinetwegen auch keine status-attacke war keine status-weiten ich habe kratzer schläger und spukball macht den spukball eigentlich ein schaden das kannst du mal gucken was macht auch viel schaden glaube ich spuk einmal raus wie viel schaden macht der bei dir wirkt nicht die attacke die er eingesetzt hat sehr gut in einem prozent mal weiter mit pokémon weil die sache ist die sind auch zu hoch zu gering vom level langsam aber den pokémon ist er direkt ausgebrochen jetzt wirkt die attacke und dann macht ja okay meins ist 33 hp ich habe halt angst einen kratzer zu machen eigentlich aber der müsste in der hof ach ne ist ja random ja ich habe es gefangen sehr gut super ok wir lesen wieder vor ohne das pokémon zu erwähnen aber du hast auch gefangen ja ok 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 high five über die lautsprecher nice wir haben gefangen wir haben pokémon gefangen ok dann müssen wir uns auch den namen einfallen lassen stimmt wer fängt an ich fange an erstmal mit vorlesen ok ok dieses pokémon lebt unter über dich da da es an der dunkelheit gewöhnt ist schreckt helles licht ab dichter genau echt das maulwurf pokémon nice ok meins ist ähm typ wasser natürlich und man sagt es werde 10.000 jahre alt sein buschiger schweif ist ein symbol für langes leben ach nicht minutik nein mal buschiger schweif gibt es noch dieses ist es auch nicht buschiger schweif man sagt es werde 10.000 jahre alt sein buschiger schweif ist ein symbol für langes leben sag mal die klasse also unter dem namen steht ja was es für eine art ist kröte kröte mit buschigem schweif also kröte gibt es ja quack so ist es nicht du wirst sagen das ist doch keine kröte wirst du sagen dann sag mal es ist schiller schiller ja naja schildkröte buschiger schweif geil du hast einen starter bekommen ist schon geil ich habe einen starter gekriegt wir brauchen spitznamen jetzt was ist deins männlich oder weiblich ich guck grad mal nach äh ja spitznamen geben und meins ist weiblich ok meins ist männlich ähm eins ist meins ist ein bisschen unter der erde seins ist im wasser so typisch aber müssen wir nicht unbedingt machen maulwurf irgendwas kleines warte mal wie hatten wir das dann noch mal was musste man da noch mal gucken stelli und irgend so ein wie wäre es gibt es da nicht irgendwie und shere shere war doch so groß gewesen als ah ne ich meine es ist ja weiblich dein ist auch weiblich ja eben ist ja warte mal weiblich berühmte paare aus schobis und berühmtheiten bei frauen wovon eine kleine ist wir können sie wir können es caesar und kleopatra nennen oder hänsel und gretel ach da ist es männlich ja dann nennen sie mal hänsel und gretel hänsel und gretel ok hi wir haben ein zweites pokémon nice meins hat lehmschuss auf jeden fall habe ich gesehen meins hat hitzekoller hitzekoller mussten wir gleich mal gucken und raserei mussten wir gleich gucken welche schaden äh kre wo ist das c da auch ganz am ende gibt es ein a-um-lot ja und dann gucken wir mal so krete hänsel und jetzt gucke ich mal an statuswerte eigentlich ist dick da und es hat ein item nehmen was hat es drachenzahn ja warum nicht welches level ist deins eigentlich sechs ah meins auch ähm es hat pflanzengabe steigert effektiv von teamattacken bei sonne ok ist ein scham meins hat schambolzen und das ist ganz untypisch für dick da es ist langsam und hat eine hohe verteidigung schillag ist eigentlich ganz gut es hat 15 verteidigungen und 16 init es hat 7 von init bei mir und 12 verteidigungen 11 angriff ganz dick da untypisch meins hat nassschweif schnapper hitzekoller und raserei meine hat lebensula lebensschelle und gelmasse äh lebensschuss lebensula ja genau lebensula ist ja egal lebensschuss ist auch ein bisschen blöd was spezial ist obwohl ich spezialangriff habe ich auch 11 so dann können wir das ja nach vorne tauschen jetzt ja ich speichere erstmal just in case wir haben unser zweites pokemon das möchte ich nicht verlieren speichern ja spiel speichern so eieiei und jetzt würde ich sagen machen wir die trainer mit dem pokemon jetzt machen wir die trainer mit dem pokemon wobei level 6 unterlevel sein müsste von denen oder ähm könnte knapp werden ja aber ich würde ja nochmal rote 203 die trainer machen ja ich mach die trainer auch bei rote 203 heizt nochmal dein pokemon ach der ist ja vollkommen geheilt ist er voll geheilt ähm ich muss trotzdem weil ich trank wahrscheinlich also ist 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 stulonior als stahl nicht effektiv feuer auf jeden fall feuer ist effektiv wasser auch ne ne wasser ist nicht aber es ist auch bodenattacke äh äh gestein ich mach jetzt einfach hitze kroller der abmach hitze kroller ist auf jeden fall sehr effektiv ist nicht sehr effektiv nicht sehr effektiv ne es macht steinwurf da mach ich jetzt in das schweif narkse narkse hab ich jetzt was vergessen auszutauschen doch ne hab ich nicht aber es ist level 6 knarkse level 6 äh level 5 und äh sorry ich bin grad so aufgeregt Leute weil wir ein neues pokemon haben ein neues pokemon und es macht lehmschuss danke knarkse wenn er genauigkeit singt was ist das für ein mädel dann hat es noch ein tarni und jetzt ist mein mein dick da sogar meine grete sogar schneller als er wegen lehmschuss weil es ja die innert verringert und es ist jetzt dracomete boah ey klar das kann es klassische attacke aber es macht dracometo macht übrigens nur vier schaden bei dick da vier schaden bei dick da ja würde sagen von knarkse ist die spezial der spezialangriff nicht sehr gut rete bekommt 153 erfahrungspunkte sehr schön und gleich level 7 hänsel ist auch level 7 aber es bekommt natürlich keinen punkt auf init und möchte trumpfkarte erlernen was ist denn trumpfkarte je weniger ap diese attacke hat desto mehr mehr schaden macht das ja angriffskraft besitzt sie ist das dadurch dass die ich glaube das macht das ist eigentlich nicht so gut macht am anfang glaube base ist 20 und dann steigert es sich immer höher rein je weniger ap du hast jetzt betrifft dadurch dass mein der knarkse auch noch landflugel macht das lebensschuss manchmal nicht ich bin aber überlegen jetzt zurück zu gehen und zu heilen und dann die trainer zu machen ein trainer hast du ja jetzt besiegt ein trainer habe ich besiegt das medel da oben das medel da oben okay das habe ich jetzt auch gleich fertig dann kann ich auch mal zurückgehen und heilen und dann machen wir die restlichen und ich glaube nach dem besiegen ist meins auch level 8 mein kräte 153 erfahrungspunkte und digter ist auch ein cooles pokémon eigentlich ne ja aber es ist ganz ungewöhnlich dass es schon wieder keinen punkt auf innen bekommt aber zwei punkte auf verteidigung spezial verteidigen es wird wahrscheinlich das bulgigste digter aller zeiten werden so ein richtiger stahlnacken wird das ja wenn es mal einen nacken hätte wenn es mal einen nacken hätte so die zwei pokémon dürfen wir ja auch noch mitnehmen ne ja klar also auch wenn wir wir dürfen auch noch weiter pokémon fangen im team okay wir haben nur noch eine möglichkeit wir müssen aber darauf achten dass wir dann dieses pokémon auch ablegen und ne ich hole nicht das item da oben da ist ja da komme ich ja nicht raus ne ich bin jetzt mittlerweile zurückgegangen und bin wieder hingelaufen und rede jetzt hier mit den trainern ich habe doch nicht so viel kp verloren ich glaube ich nicht wow der eine trainer hier hat ein zelebih warum nicht man kann ja auch mal ein zelebih haben okay ich glaube ich muss gegen ein wildes bidifast kämpfen weil es einfach zu langsam ist mein grete zelebih oder warum nicht gönnt man sich mal eben so ein zelebih es muss ein legendärer trainer sein er hat ein zelebih genau was zelebih ist ein legendäres pokémon ne ja also man dann streitet sich ja was legendär ist und was nicht ob Mew auch legendär ist übersetzt irgendwie heißt das vom japanischen aufs deutsch nicht legendärer sondern irgendwie mystisches pokémon wo auch Shaming drin gehört und welche dritte generation pokémon haben wir da also alles die so 500 base starts haben auf 100 gleichmäßig haben sie gesagt Mew Manfan Manfifi Manfini oder wie es heißt auch so also es streiten sich die Geister was ja ob es legendär ist vor allen Dingen sind meistens für Competitive zu schwach sind legendäre für Competitive normalerweise dann so so stark viele ja ok ich kämpfe gegen die Trainerin mit dem Fifi wir reden über um ich sage übrigens gar nicht mehr was die sagen hast du schon festgestellt ach so ja aber das bei den Trainern ist das egal ja die sagen ja eh nichts witziges oder wichtiges so Fifi setz mal Turbo Tempo ein machst mir drei Schaden damit weil mein dick da verdammt dicken Nacken hat Hänsel wurde von Hänsel Hubbelluft wurde von Hänsel gebracht so war das aber mein Lebensschluss hat kaum noch AP das ist ein bisschen blöd ich muss glaube ich jetzt wechseln weil mein Hänsel sonst besiegt wird aber das war ja nicht so wenn dein Hänsel besiegt wird dann darf ich ja meinen Träten noch weiter einsetzen das war es ja vor allen Dingen hast du ja gleich Hain war es ja auch das ist ja eh egal ja wir dürfen ja wenn die besiegt werden ist das ja eh egal oder ja natürlich ist das egal ja war vorher auch egal als wir besiegt wurden und so so die nix die Göre setzt bei mir jetzt nochmal Hunduster ein kann man ja mal machen ne und das setzt Örlicht ein super mein Gerät der brennt oh mein Gott der Typ sagt Zubat und Bidiza das hatte er wohl nicht er hatte wohl einen Celebi mit einem Hubelhof knapp verfehlt mich mein Zubat mein Bidiza ja als ob die hat es so nicht hat er vielleicht vertauscht da hat er die hat er umbenannt ja stimmt Zubat und Bidiza Zubat Celebi ich würde auch lieber Celebi mitnehmen als Zubat das mal so by the way aber wobei Zubat X-Bat X-Bat ist auch cool X-Bat ist richtig cool aber es ist ja random es ist ja random ja oh guck mir hier gibt es ein Shellast Schellast Och nein mein Pokémon ist viel zu langsam ey es hat auch noch keinen Punkt in Indite bekommen und jetzt kann ich nicht fliehen deswegen der eine Typ hier hat einen Voltarus das ist ja die Weiterentwicklung von wie heißt das dieses Schildus Schildas ja genau das was ich am Anfang fangen wollte und nicht geklappt hat genau 1-1-Hit Film ein Chill-Up ok muss mal kurz heilen gehen gibt aber kleine aber feine 300 Epiode ja ich glaube wir machen alle Tränen auf dieser Route und dann würden wir in Pause gehen dann machen wir in Pause ja und dann schreiben wir was schreiben wir denn in der Höhle war ja genau was hast du übrigens jetzt bei deinem Pokétash so für eine Anzeige äh die Uhrzeit bei mir den Schrittzähler den Schrittzähler yeah so Trainer zeig mal was du hast voller Energie will er mir deine Pokémon zeigen voller Energie ich glaube das war der den du gerade eben hattest mit dem Celebi bei mir hat er Funfy das ist auch cooles Pokémon krass die eine hier die mit den drei Pokémon hat einen Blanas und das setzt erstmal Donnerzahn ein geil weiß nicht wie das Blanas das macht aber irgendwie kann Blanas dein Barzähne mit Donner Donnerzähne doch geil dass ich jetzt gegen zig Boden Pokémon kämpfe aber ich meine mein Gretel hat einen guten Angriff und eine extrem geile Spezialverteidigung und Verteidigung kann damit zufrieden sein so Funfy ist besiegt das war das erste was du als Celebi hattest das ist der Typ oben bei dem Item gewesen ne genau ja ich bin von der anderen Seite nochmal rangegangen achso und Hypopotas hat er als zweiter Hypopotas aber interessant Hypopotas hattest du ja auch gehabt irgendwie das war nicht als Trainer aber irgendwie als wildes Pokémon war es nicht so ne das war beim Trainer ganz zu Anfang da wo du so lange saßt du kannst ja nicht mal mit den mit den sehr effektiven Attacken hier rechnen ne aber ich muss doch zugeben dass die meisten Pokémon die hier die hier eingesetzt werden bei mir auch die Attacken von ihrem Typ einsetzen ja bin ich sehr überrascht so Gretel ist Level 10 ja Hänsel auch und er erlernt Zornklinge und Käferattacke warum nicht und er möchte Lehmbrühe erlernen gut jetzt sagt mir mal was Lehmbrühe oh das ist geil greift mit Matsch an senkt eventuell die Genauigkeit des Gegners 700 besser als Rasereien Lichter machen so Lehmbrühe die Attacke kenne ich ja gar nicht richtig geil die sitzt äh die hat ähm Sumpex die Vorenwicklung Morabel achso der kann Leben früher genau er lernt Memen früher so und meiner Seite hat ein Owei noch mein Trainer Lebensschuss ich kann ja Zornklinge gegen ein Pflanzen Pokémon einsetzen kann man mal machen weil das ja auch nicht effektiv ist und er setzt Käferbiss bei Gretel ein ich will ja gerne mal wissen wie mein Gretel Zornklinge einsetzen kann wenn er ne Klinge von Dicta ist schon interessant Dicta zieht die denn so aus der Erde raus ja und das hat das Owei eigentlich so gut wie er mit einem One-Hit-K.O. durchgemacht ja genau wieso kann Schillok eigentlich eine Feuerattacke boah ein Hitzekoller sind richtig geiler ja auch noch Hitzekoller er senkt ja auch noch die Spezialangriff die ganze Zeit das heißt Hitzekoller macht richtig wenig Schaden gerade und hier ist eine Trainerin sie hat Planas was hatte sie dann ähm auch noch irgendein Blatt Pokémon und jetzt nicht Schellas und jetzt hat sie noch Bisasam die Zornklinge hat es immer nur 5 AP gehabt hat der AP auch verändert bei dir ist auch verändert weil Hitzekoller hat normalerweise 5 und bei mir hat er 15 ja bei mir hat er nicht 5 jetzt die Zornklinge und die hatten glaube ich auch 15 oder 20 die hatten mich jetzt nur 5 ok aber alles random Leute alles random aber ey mein Diktor das ist ja ich muss jetzt zurück heilen aber mir fehlt glaube ich nur noch ein Trainer ich habe alle Trainer durch glaube echt ja dann mache ich den einen noch machen wir heute noch eine längere Folge echt warte mal kurz 22 oder ist noch ein Trainer ne das Meter habe ich auch schon besiegt mir fehlt noch der oben an der höhle genau den muss ich auch noch machen den mache ich jetzt auch noch und dann würde ich sagen gebe offscreen Hans heilen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge in der Höhle wieder jetzt ein Visor ein da kann ich keinen Boden an Sack an hübsetzen kann schon kann ich effektiv oder hat keine ich dachte schon ich hätte ihn angesprochen und kriege einen random Account ein Zornklinge das war Käfer aber ich freue mich dass wir jetzt so einen Pokémon gefangen haben die anderen waren auch cool die wir hätten fangen können aber Diktar ist jetzt vielleicht nicht so die Diktar ist geil mein Diktar ja gut das Diktar so wie es jetzt halt ist es ist geil aber ist Diktar super die Glaskanone ne jetzt und jetzt hast du Diktar als Tank das ist Muskeln auf Stahl das ist Gretel auf Steroide würde ich behaupten was hat der hier diese Vorentwicklung von diesem Mantax Mantirips meiner hatte wie gesagt Visor gehabt so jetzt sind bei mir alle Trainer durch aber erst die Träne wieder in der Höhle genau ich muss auch langsam aufpassen denn meine Gretel ist schon fast wieder Level 11 du weißt ja er hat mich eingeschläfert konnte Gras flöte was auch immer das ist die meisten Attacken kenne ich nicht mal du in der Zeit kannst du zurück laufen und dann in der Zeit kann ich mal zurück laufen und für Heilung zu kommen mit dem Item müssen wir mal gucken ob wir sofort holen das können wir uns gleich noch wie auch dauernd ein Encounter kommt ich frage mich ob er den Encounter erhöht hat wahrscheinlich nicht ich glaube das ist nur weil wir so schlecht sind das ist random das ist random wie alles hier in dem spiel alles ist random so ich hab es eigentlich besicht sehr gut scheiß pokémon ich muss auch zurück und heilen das mach hier bei offscreen dann ich glaube du hast ab monties mal so mach ich jetzt also Leute wir sehen uns nächstes mal in der Höhle wieder vielen Dank fürs zusehen schaut bei granz und steffi rein und ja bloß nicht bei mir übrigens bei was bloß nicht so macht ihr das Leute also davon gehe ich ja aus also wir sehen uns beim nächsten Mal rad rein tschö